Hallo Leute, willkommen zurück zu Headlander. Ihr wundert euch, dass ich jetzt hier bin, wo ich beim letzten Mal nicht aufgehört habe. Folgendes, wir haben ja diesen Raum nicht aufmachen können, wo die Risse in der Wand sind von der anderen Seite. Und jetzt schaut mal hier, das ist dieser Stöpsel, der war dahinter versteckt. Und dann sehen wir schon, aha, wir sind da drin. Weil, warte, ich geh nochmal raus. Ich hab jetzt nämlich überlegt, von den Upgrades, Moment, hier sind die Upgrades, kann es einfach nicht mehr sein, dass es diese Punkte, Laser aufladen und Feuerrate erhöhen. Es kann einfach nicht daran liegen, dass ich da nicht reinkomme. Also wäre mit den Upgrades nicht besser gegangen. Deswegen hab ich mir das alles nochmal offscreen angeschaut. Und dann hab ich hier so, ja, so ein bisschen wild rumgeklickt und hier alles mögliche gemacht. Bis ich dann plötzlich da diesen, der geht gleich hoch, bis ich plötzlich diesen Stöpsel in der Hand hatte und dann gesehen hab, dass da Licht reinkommt. Und jetzt aber trotzdem ist wieder ein Rätselraum. Boah, das schau ich noch nie. Oh doch, warte mal, da unten dann? Oh, geil. Oh, easy. Geiler Scheiß. Alter, was? Wie soll ich denn da durchkommen? Komm, warte mal. Erstmal guck mal, was das jetzt hier ist. Geh mal weg. Warte mal. Ah, da kann ich vielleicht ausschalten. Wow. Gut bis zum letzten Tropfen. Ah, ich hab ja alles rausgesaugt. So, was fehlt denn da noch? Noch einmal Helmschub und dreimal Helm Gesundheit. Aufgaben, noch drei Aufgaben. Räume sind's aber noch. Na gut, Räume, das kommt wahrscheinlich automatisch so im Moment. Ja, ha, cool. Oh mein Gott, warte. Alles kaputt machen. Warte. Oh mein Gott, das war knapp. Wie cool. Oh, zum Glück hab ich's nochmal gemacht. Weil ich hätte jetzt doch am Ende, je nachdem wie weit wir dann weg sind von hier, ne, Hätte ich den ganzen Weg nochmal machen müssen. Geil. Aber das war eigentlich richtig lucky, dass ich da einfach in dem Raum nochmal alles probiert hab. Und auch in dem, dem hier drüben, ja klar. Das war jetzt, das war mir dann klar. Diesen Stöpsel konnte man halt drüben nicht sehen, weil da die Mauer im Weg war. Und hier war ja die eingerissene Wand. So, dann können wir aber jetzt zurück. So, ich probier's nochmal. Beim letzten Mal bin ich hier gescheitert. Nein! Oh, und weswegen? Ja, hallo. Oh mein Gott. Weil er immer diese blöde Rolle macht. Ich versuch schon immer, meinen Stick da nicht zu bewegen. Hallo? Oh, geh doch da hoch. Dann hast du das Problem, du bist nicht genau drauf, ne? Oh. Oh, ganz knapp jetzt aber. Hui. Wir müssen reden, denke ich nicht. So, jetzt können wir aber doch zum Abschluss kommen. Nur dieser Raum hier. Der ist jetzt echt noch ein Rätsel. Achso, wo muss ich eigentlich hin? Ich war schon richtig. Du, 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 du. Ja, und da hätte ich halt wieder zurückreisen müssen. Ich hab das jetzt auch vor der Aufnahme gemacht, weil ich... Ich hatte keine Idee. Ich dachte, ich gucke nur nochmal. Das wollte ich halt nicht in der Aufnahme machen. Und dann, wuuu. Das Rätsel gelöst. Das war eigentlich nicht mal ein Rätsel, ne? Man muss nur mal da drauf kommen, dahinter zu schauen. Das gab's ja noch gar nicht in dem Spiel. Oder... Vielleicht sogar doch. Und ich hab einfach nicht so weit gedacht. Oh, cool. Ah, jetzt verstehe ich. Das sieht so aus. Jetzt zieh ich so eine Spur hinter mir her. So, was hast du? Nein! Okay. Ja, solange es geht, ne? Schön. Deine Helmsysteme. Aha. Das Ziel. Seht ihr das Ziel? Da ist das Ziel. Hä? Das Gute ist, ich kann dir die Aufgabe auch anklicken. Warte mal. Ich weiß nicht, ob dieser... Nein, das soll wahrscheinlich nur diese Verbindung sein. Auf jeden Fall hab ich nur Upgrade-Punkte. So. Maximale Kopffreiheit. Jetzt sind wir komplett hochgelevelt. Geil. Nur, wie komm ich da rein? Vielleicht steht hier mehr. Verlassenen Gebiet. So lange du... Äh, sobald du dort bist, lande... ...fahre es hoch und teleportiere in den Computerkern. Den Computerkern. Ist das denn aber hier gemeint? Uns fehlen noch drei Upgrades. Die Helmgesundheit nämlich. Ah, ich muss ein bisschen jetzt auf die Karte mal achten. Hier hatten wir ja alle Räume geöffnet nachträglich. Das waren die, die... ...so eine Mauer hatten. Also, das war hier unten in dem... ...Bereich. In dem seh ich jetzt nichts auf... ...die Schnelle... ...oder, warte mal. Kann das sein? Was, was, was für ein Teleporter? Ein Langstrecken-Teleporter. Okay, das... ...sind die ganz Großen. Vielleicht gehen wir einfach mal da runter... ...zu dem langen Strecken-Teleporter. Können wir da hier oben nicht... Ne, kommen wir nicht durch. Müssen wir runter. Äh, ich kann nicht gehen. Ich probiere jetzt... ...na, war so klar. Ich probiere jetzt einfach mal beim Langstrecken-Teleporter, ob es da noch einen anderen Eingang gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Chack, chack, chack. Ne. Ah ja, hier, die Teile. Die haben wir ja alle durchbrochen. Ich muss jetzt irgendwo einen anderen Charakter finden. Aber wo? Da ist ja auch noch eine Verbindung. Hä? Oh, oh mein Gott. Jetzt... Da habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Ah, guck mal. Ich kann auch mit einer Bombe da drauf ballern. Ah, ich finde nix. Oh, wie war das nochmal? Mit den Teilen konnte ich irgendwie eine Bombe bauen. Nein. Oh, zum Glück hängen geblieben. Hä? Hä? Das war eigentlich voll uninteressant. Warte, das geht nur mit Helm, ne? Ähm... Ach so, das war das. Okay, effektives Rollen, übertakten. Abprallschild, was hat man hier? Überladung. Helmbomben. Das muss irgendwie damit gehen. Boah, diese Kanten, ne? Das blöde war, ich hätte mich oben selber töten sollen. Aber ich fahre erst mal hoch. Weil dann spawnen wahrscheinlich hier Gegner. So. Das muss da irgendwie mit so einer Bombe gehen. Als ob ihr nix spawnt jetzt. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich klar. Wenn der Aufzug nicht da unten ist, ne? Dann fährst du da voll rein. Oh, Vorsicht. Komm, geh hoch. Geht irgendwie nicht. Laser aufladen. Ich komm ja mit diesem Anzug nicht da oben rein. Vielleicht geht das gar nicht. Oder? Hallo? Ne. Ich dachte jetzt irgendwie da reinballern, ne? Aber geht auch nicht. Och, nöööööööö. das habe ich schon genutzt ich habe jetzt gehofft da kann ich die Energie da oben abstellen aber das macht nix jetzt muss ich ganz runter diesen Louis holen aber da gab es doch keine anderen wirklich überhaupt die grün her im Prinzip ist egal warte mal das ist doch noch eine blaue Tür wir brauchen nur einen blauen Charakter ja komm gib her ich laufe mal hier drüben durch ah ne komm ich gar nicht oh mein Gott gut da war ich schon drin oh mein Gott oh mein Gott oh da kann ich ja auch nur durchfliegen da bin ich wieder hier oben hä der ist doch blau ja gut der hatte ein blaues Licht aber eigentlich bin ich ja weiß guck mal da man ne weiße Drohne die ist falsch das heißt wir müssen uns irgendwie mit nem blauen da unten hin teleportieren geht eh nicht auf greenhorn gut Leute dann müssen wir im nächsten Part nochmal schauen dass wir irgendwie da oben einen blauen mit runter nehmen aber an der Stelle war es das erstmal danke müsst ihr einschalten gebt einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und haut drin bis dahin tschüss Untertitelung des ZDF, 2020